hallo egen meine freunde vielen dank der wir haben sich der keller neues pack opening ründchen ja ich habe dann gekündigt zum bbva team da böller ich noch mal rein ja da böller ich noch mal rein letztes pack opening wurden war richtig schön verarscht mit messi ja also ich wurde schon oft verarscht von messi angeht aber dieses mal war wirklich hart für mich auch von meiner reaktion deswegen habe ich jetzt so geschnitten und ersetzt entertainment ja aber vielleicht heute im blau dann brennt ihr alles dann brennt ihr alles das schwöre ich euch wir haben fünf promosets die werden wir komplett öffnen und dann die 15k packs damit rattern wir da runter das erste paket öffnen wir wie immer zusammen und bei den anderen folgen best of starten wir ein es wird zeit dass wir richtige bies ziehen es wird wirklich zeit dass wir ein richtiges bies ziehen nein wir ziehen kein bies und dahinter wird auch keiner sein weil hat ein komplettes schrott paket ist damit sind wir schon beim letzten 30k angekommen also so eine scheiße die selten drin da war wirklich nix drin gar wirklich nix eine 81er dort war deinem ersten pack drin haben danach nur noch schrott ja genau so eine pisse haben wir da drin gehabt meine fresse santa cruz 49 tempo ganzen kriege mit gewinnen du mit so eine pfeile doch boah es muss ja kein tot sein ja eine legende würde erreichen würde komplett reichen nee ach du schnachos mit käse oder von der laie set nice das sind die gadgets die du ziehen möchte es und dann auch so eine granate drin kommen aus dem jubel gar nicht mehr raus hier und freunde ein skippen und ich gucke weg dann könnt ihr euch angucken den scheiß da da hast du schon so viele spieler rennen und dann nur kruppel hier nur voll kruppel freunde kein aus der bundesliga die relative tippen aus der englischen und bisher keine aus der spanischen der ist einfach nie im paket drin scheiß egal ob er blau ist oder rot ist so ein paar tückis es ist einfach immer drin überragend läuft das hier überragend wirklich ziehen eingeilen spielern am anderen ist der hammer ist der absolute hammer was hier passiert jawoll mal endlich was los wie lange habe ich jetzt hier rumgezogen und wieder so ein afro irgendwo hier drin meine fresse doch boah 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 direkt knallrot in die birne hier man hat dieser wert 100 100 immerhin immerhin die nehme ich die nehme ich aber sowas von mit boah war das überfällig meine herren war das überfällig freunde boah ich habe nicht mehr mit gerechnet ich bin ganz ehrlich ich habe einfach nicht mehr mit gerechnet ich finde dass wir hier noch einen ziehen Buscats es kann schlimmer kommen 90er wertung nice defensiven monster tempotechnisch eher so Faultier aber es spielt keine rolle freunde wir haben einen yes ja freunde letztes paket ich habe nicht mehr mit gerechnet muss ich wirklich sagen ich habe echt nicht mehr mit gerechnet dafür noch einen ziehen ach aber der ea gott der war da noch da jetzt ist er natürlich weg wieder wie vom erdboden verschlungen aber freunde ist komplett egal ja wir haben einen ring gehabt der wirklich nicht schlecht ist ja buscats da kannst du weitaus schlimmere ziehen nice freunde nice tausend likes wieder easy ihr seid bei soweit echt spendabel das finde ich wirklich nice da macht es auch wirklich spaß da macht es auch wirklich spaß weil das feedback da noch stimmt von euch haut mal in die kommentare rein freunde wenn ihr so gezogen habt ich denke mal da werden die ronaldo's und messi's und neymars und griezmanns die werden hageln in den kommentaren freunde ich wünsche euch eine menge menge pecklack hoffe ihr hattet hier ein bisschen spaß in der folge hier hinten raus wurde es dann zum abriss ja totz ist vorbei ich weiß nicht ob ich nochmal investieren werde unwahrscheinlich bbvr ist jetzt noch ich mein drei tage drin aber wir gucken mal noch ist ein jahrertage abend freunde ich werde bei gamerbrothers auf dem kanal sein der hat die dienste der pecklack bitch in anspruch genommen die serie hält ja das glück werden wir versuchen beim gamerbrothers auf dem kanal vorzuführen link ist unten in der video beschreibung drin freunde checkt den jungen auf jeden fall mal ab ich bin raus bedanke mich für eure aufmerksamkeit für euch eine menge menge pecklack freu mich über den daumen nach oben ich bin raus tschüss ja 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 ja